Die Sportschule des DDR-Fußballverbandes in Leipzig am 9. November 1989. Seit Tagen ist hier die Nationalmannschaft kaserniert. Trainer Eduard Geyer soll die Mannschaft um Sammer, Thom und Kirsten auf die wichtigste Partie seit Jahren vorbereiten. Es geht um die Teilnahme an der WM 1990 in Italien. Die Ostkicker sind überraschend noch im Rennen. Durch einen Heimsieg gegen Vize-Europameister UdSSR Wochen zuvor. Aber das bevorstehende letzte Qualifikationsspiel in Österreich steht im Schatten der Montagsdemos und des politischen Zusammenbruchs der DDR. Auch in der Sportschule Leipzig läuft alles anders als geplant. Ja, ich musste mich ja mit den Bedingungen irgendwie abfinden. Aber ich habe die Mannschaft weiter vorbereitet, genau wie auf jedes andere Spiel auch. Wir haben ja gar nicht mehr auf Training geachtet. Wir waren ja Training, da sofort wieder rein in den Fernsehraum und da wieder geschaut. Die Ereignisse waren ja eigentlich so dominant und so überwältigend, da hat man sich eigentlich weniger auf Fußball konzentriert. Sondern auf das DDR-Fernsehen. Nie war der Fernsehraum der Sportschule interessanter als am Tag des Mauerfalls. Aber die wichtigsten Informationen kommen aus anderen Quellen. Es gab ja schon vorher immer wieder Horrormeldungen. Ah, wie so ist es mit den jungen Menschen. Der eine hatte dann Westradio gehört, obwohl das ja überhaupt nicht erlaubt war. Und ich habe jetzt so die Bilder im Kopf oben, als die Türen aufgingen. Hast du das schon gehört? Hast du das schon gehört? Aber mehr die Spiele. Ein Trainer weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ja klar, das ist eine Art und Weise. Hier konzentriert euch mal hier auf den Punkt und das gibt es doch nicht. Das war eine Situation, die es eigentlich in der Welt noch nie gab. Man konnte das ja nicht irgendwie nachspielen oder irgendwie als anderen Dingen irgendwie Schlüsse ziehen und daraus lernen. Das war eine ganz rückliche Situation. Geyer trainiert unbeirrt weiter. Denn nur noch ein Punkt in Österreich trennen ihn und die Ostkicker von der zweiten Teilnahme der DDR an einer Weltmeisterschaft nach 1974. Und ein Unentschieden in Wien scheint machbar. Wir waren eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen oder zumindest den Punkt holen. Wir hatten auf alle Fälle eine sehr gute Mannschaft. Wir hatten eine bessere Mannschaft als Österreich. Vom Leistungspotenzial her der Mannschaft eine richtig gute Truppe. Von der Sportschule Leipzig ausreist die Mannschaft nach Lindabrunnen in der Nähe von Wien. Zwei Tage vor dem Spiel stellt die Presse hier die Fragen, die sich Geyer und seine Spieler schon längst selbst stellen. Wie sieht die Zukunft des DDR-Fußballs aus? Welche Möglichkeiten eröffnen sich durch die offene Grenze für Sammer und Co.? Ich habe völlig munter drauf losgeplaudert. Ja klar, wenn ich irgendwann in der Bundesliga spielen kann, gehe ich da hin. Und klar, mit ein bisschen Reife. Und wenn man ein bisschen vorbereitet gewesen wäre, hätte man dann gesagt, okay, Sie können uns das alles nach dem Spiel fragen. Auch jetzt zur persönlichen Situation. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel. Das Spiel ist dank der nun geöffneten Grenze auch das Ziel von Gerd Zimmermann. Der Fußballfan aus Dresden reiht sich mit seinem Wartburg ein in die Blechlawine Gen Westen. Im Unterschied zu fast allen anderen DDR-Bürgern lockt ihn nicht das Begrüßungsgeld oder ein Verwandtschaftsbesuch in der Bundesrepublik. Er will zum Länderspiel nach Wien. Und wenn du im Nachhinein überlegst, dass du auf dieser Autobahn bei diesem wirklich Stoßstange an Stoßstange fahren mit 80 Liter Sprit im netten Wartburg, der keine Knautschzone hat, durch die Gegend gefahren bist und es ist nichts passiert, dann kann man im Nachhinein sagen, uiuiuiui, ohne nachzudenken, aber Wien muss es sein, aber es ist alles gut. Gleiches gilt für die 5000 anderen ausdeutschen Fans im ausverkauften Praterstadion. Erstmals dürfen und können sie ein Spiel der DDR-Auswahl im Westen live erleben und sind entsprechend beeindruckt. Wir sind erst einmal erstaunt über dieses wunderbare Stadion, was so gut wie überdacht ist. Man hätte als alter Fußballer selber Lust mitzuspielen. Was erwartet ihr jetzt vom Spiel da? Ja, also wir tippen auf ein 1-1. Ich nehme an, dass unsere Mannschaft mit 2 zu 1 gewinnt. Genährt werden die immer noch patriotischen Erwartungen der DDR-Anhänger durch die Probleme des Gegners. Österreich muss gewinnen. Trainer Hickersberger steht in der Kritik und Torjäger Toni Polster hat seit Wochen Ladehemmung. Aber nicht an diesem 15. November 1989. Ausgerechnet Polster dämpft nach nur 2 Minuten die großen WM-Hoffnungen der DDR-Kicker. Oh je, oh je, für diese Aktion von Starrmann gibt es 11 Meter. Erneut Polster, 22 Minuten gespielt. Aus sportlicher Sicht, aus meiner Sicht, hätte es gar nicht schlimmer kommen können. Das Prater Stadion ist an diesem Abend voller Spione aus der Bundesliga. Die DDR-Spieler werden von Kölns Trainer Daum ebenso beobachtet wie von einem Mitarbeiter aus Leverkusen, geschickt von Manager Kallmund. Alle wollen nur das eine, Kontakt mit Sammer und Co. Am besten schon während des Spiels. Den DDR-Kickern mit West-TV-Erfahrung bleibt kaum Zeit, sich zu wundern. Da hast du so viele Bekannte aus dem Fernsehen getroffen oder gesehen, die unmittelbar dann auch unten in der Mixzone drin waren. Dann hast du so gesagt, Mensch, scheinbar sind wir doch interessant. Und dann hast du dich auch so vom Geister, vom Kopf her vorbereitet. Vielleicht geht dann irgendwann mal doch was Richtung Bundesliga. Na, 1989, DDR-Spieler. Der lässt da alles stehen und liegen. Und wenn da noch jemand kommt und sagt, dann gibt es richtiges Geld. Denn damals wusste ja wirklich keiner. Gibt es denn das Geld irgendwann? Es gab ja noch das eine Geld und das andere Geld. Wie wir alle zur Westmark gestanden haben, wissen wir ja. Und nun drei gegen drei. Polster, kommt er wieder vorbei. Und er kommt wieder vorbei. Da kam dann die Auswechslung meinerseits, ich glaube in der 85. Minute, rausgetorkelt da. Damals war ja noch diese Geschichte mit dem Kalli seiner rechten Hand, dass der während des Spiels schon bei uns auf der Auswechselbank gesessen hat. Da sitzt der Wolfgang Kahnert neben mir und sagt, also ich bin hier von Bayer Leverkusen, von Rainer Kallmund beauftragt. Damals gab es ja diese Leibschen mit F drauf. Weil da hinten, ordnungsgemäß, da stehen die anderen Vereine. Und wenn sie dann aus der Mixzone rausgehen, da werden sie sehen, da werden sie sich auch ansprechen. Aber denken Sie dran, Bayer Leverkusen, wir waren die Ersten und wir müssen uns heute Abend auch noch treffen und so. Ja, und Kalli, clever. Es bleibt beim 3 zu 0 für Österreich, das somit zur Weltmeisterschaft nach Italien fahren darf. Während die Gewinner ihren Überraschungserfolg feiern, hadert DDR-Trainer Eduard Geyer mit dem Schicksal und den außergewöhnlichen Rahmenbedingungen des Spiels. Bis heute. Aufgrund der Umstände hat man keine Chance. Und ich habe ja immer gesagt, die Mauer, die sind 6, 8 Wochen zu früh geöffnet worden. Grundsätzlich kein Ablenkungspotenzial, volle Konzentration. Dahin wäre uns das nicht passiert. Das stimmt, da hat er recht. So aber bleibt der Fußballwelt ein Kuriosum erspart. Denn am selben Abend qualifiziert sich die Bundesrepublik mit einem Last-Minute-Sieg in Köln gegen Wales für die WM. Was wäre passiert, wenn in Italien 2 deutsche Teams gespielt hätten, nur wenige Wochen vor der Wiedervereinigung? Ich wüsste gar nicht, wie man damit umgegangen wäre. Aus dem Grund habe ich auch gesagt, vielleicht war es gar nicht gewollt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017